Die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5. Hoffentlich am Ende nur ein großer Witz und dementsprechend auch bloß, was man so im Internet auf die Schnelle findet, wahrscheinlich auch bloß ein April-Scherz, der diesen Monat stattgefunden hat, der aber ein bisschen jetzt für Turbulenzen sorgt. Doch mein Fazit bleibt vorab natürlich mal, ich hoffe, dass das nicht so kommt, denn das bedeutet mehr Nachteile auch für viele Steuerpflichtige. Starten wir aber mal. Was galt denn bisher? Also bisher war es zum Beispiel so, dass verheiratete oder eingetragene Lebenspartner die Möglichkeit hatten, sich im Grunde hier zu entscheiden. Ja, bleibe ich hier im Standard, den ich sofort nach der Eintragung bzw. nach der Heirat habe, Steuerklassenkombination 4,4 oder wähle ich eventuell die für mich am Ende günstigere steuerliche oder natürlich auch wirtschaftliche Lösung, den 3,5-Ansatz. Dabei war es immer so, man hat denjenigen, der mehr verdient hat, in die Steuerklasse 3 geschoben, weil dort weniger Abzüge hatte und der, der schlechter verdient hat, in die Steuerklasse 5. Am Ende muss man sagen, das Ganze sollte ja jetzt vereinfacht werden, dass man sagt, okay, aus 3,5 wird ein automatisiertes 4,4 mit Faktorverfahren. Wenn dir das 4,4 mit Faktorverfahren an dieser Stelle nichts sagt, dann geht es dir so wie mehr als 90% der lohnsteuerpflichtig Beschäftigten in Deutschland, denn davon hatten seit 2010 viele keine Ahnung, dass es das gibt. Und vor allem war es auch besser so. Da komme ich nämlich zu einem vernichteten Urteil des Bundesrechnungshofes. Warum will man das jetzt einfach abschaffen? An der Stelle heißt es immer wieder, dass im Großen und Ganzen Personen, hier natürlich im häufigsten Namenlösungsfall immer noch Frauen, benachteiligt werden durch die Steuerklassenwahl 3,5. Das war bisher so, dass natürlich dann derjenige auch später, komme ich gleich dazu, höhere Sozialversicherungs-, Sozialleistungen bekommen würde in manchen Teilen. Und warum will man das auch noch abschaffen? Dass hier im Großen und Ganzen unter dem Jahr ein höheres Netto natürlich für beide Parteien vorhanden ist und auch eine Nachzahlung am Ende des Jahres nicht stattfindet und eine Steuererklärungspflicht auch nicht stattfindet. Ein vierter Grund, den ich aber vermute, ist, man will hier einfach auch Liquidität schaffen. Das heißt im Großen und Ganzen, dass man am Ende nicht mehr die Nachzahlungen durch die Steuererklärung hat, sondern unterjährig an der Stelle mehr Geld einfach in der Staatskasse hat. Denn die Lohnsteuer wird ja dann auch monatlich mit dem Lohn einbehalten und abgeführt. Jetzt aber nochmal ganz genau, was ist eigentlich dieses 4-4 mit Faktorverfahren und warum war es bisher nicht so im Trend? Ganz einfach, 4-4 mit Faktorverfahren kann man sich so vorstellen, dass man beide auf die gleiche Ebene stellt. Und dann schaut man ganz genau, okay, wer verdient wie viel, wie viel muss dann der Lohnsteueranteil hier angepasst werden und dann wird das sehr genau berechnet. Bisher, zumindest seit 2010, war es immer sehr komplex, das Ganze einfach zu berechnen. War damals sehr, sehr viel händische Arbeit. Jetzt mit Elster soll es aber am Ende einfacher gehen, weil man ja alle Daten monatlich vom Arbeitgeber ermittelt bekommt und damit auch hier alle Daten sauber ganz einfach hat. Jetzt ist es so, bisherige Nachteile, warum das vor allem auch aus einigen Vereinen immer wieder kommt, das heißt, das muss unbedingt abgeschafft werden, weil derjenige, der in der Steuerklasse 5 war, zumindest bei Sozialleistungen, benachteiligt worden ist. Das hat in dem Zusammenhang hier natürlich Nachteile für den jeweiligen Arbeitnehmer. Was aber natürlich hier viele als Nachteil sehen, vor allem eigentlich meistens nur aus populistischen Gründen heraus, ist aber mittlerweile einer der größten Vorteile. Denn wir haben ja auch den Steuerwegweiser für Eltern oder werdende Eltern gemacht. Da gehen wir genau auf Gestaltungsansätze ein, wie sich zum Beispiel das Elterngeld maximieren lässt. Und das Lustige ist, das, was jetzt zum Nachteil aus populistischen Gründen sein soll, bist eigentlich ein riesiger Vorteil, wenn man es zeitnah und optimal nutzt. Dann kann man sogar massiv davon profitieren, von dieser Ungerechtigkeit, die angeblich hier herrschen sollte. Jetzt ist es natürlich so, angeblich soll das Ganze auch zum 1.7.2023 eingeführt werden, bei dem aktuellen Chaos, kein Wunder, wieder mal unterjährig, was wieder Nachberechnungen auch in den Lohnbüros bzw. Steuerkanzleien bedeuten würde. Aber auch, warum man sagen muss, warum man hofft, dass es nicht kommt, ist zum einen Benachteiligung vieler Eltern bzw. werdenden Eltern, die hier Elterngeldmaximierung betreiben wollen. Und auch ein vernichtendes Urteil des Bundesrechnungshof. Das sogenannte Faktorverfahren, ich lese hier kurz ein Zitat vor, das sogenannte Faktorverfahren bei der Steuerklasskombination 4-4 für Verheiratete ist weder wirksam noch wirtschaftlich. Es verfehlt die vom Gesetzgeber verfolgten Ziele zur Förderung der Gleichstellung. Das Faktorverfahren wird trotz reichlicher Werbung nur von 0,6% der Antragsberechtigten genutzt. Außerdem waren diese geringer verdienten in 94% der vom Bundesrechnungshof geprüften Fälle bereits sozialversicherungspflichtig tätig, als sie erstmals das Verfahren wählten. Das Faktorverfahren ist für die meisten Steuerpflichtigen lohnsteuerlich nicht vorteilhaft und führt zudem zu einem aufwendigen Verfahren des Bundesrechnungshofs, sieht keine Ansatzpunkte, das erfolgreich zu verändern. Er empfiehlt es abzuschaffen und zu prüfen, wie die damit verfolgten Ziele auf einem anderen Weg erreicht werden können. Diese Aussage ist auch schon ein paar Jahre her. Dazu muss man aber sagen, das Elsthavenverfahren hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und wurde auch während Corona noch mal technisch weiterentwickelt, zumindest mit der Datenerhebung. Das heißt, zumindest bei technischen Umsetzungen könnte es jetzt hier natürlich von Vorteil werden, dass man sagt, man kann hier kostenrechnungstechnisch etwas optimieren. Fakt ist aber, am Ende wäre es für den Steuerpflichtigen hier besser, die Steuerklassenkombination 3-5 beizubehalten, um natürlich auch hier Sozialleistungen ganz einfach zu optimieren. Aber was bin ich schon oder was denkt natürlich sich schon der Gesetzgeber hier mit steueroptimalen Situationen, wenn man hier noch ein bisschen mehr Geld rausholen kann? Was ist deine Meinung zum ganz einfach Steuerklassenabschaffung 3-5 beziehungsweise Umstellung auf 4-4 mit Faktorverfahren? Lass uns unten in der Infobox wissen.